Musik Hallöchen, hier ist wieder euer Taco und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind hier immer noch in Springfield und heute geht es ran, dass wir mal ein Boot bauen. Das ist doch das erste Boot, was wir überhaupt hier auf dieser Welt bauen. Na gut, jetzt könnte man sich natürlich gleich streiten. Das ist ja gar kein Boot. Ja, also ihr habt ja recht. Es ist an sich ein Hausboot und zwar von unseren lieben, guten alten, na, du weißt es, richtig, unserem Käpt'n. Unser guten alten Käpt'n, der hat ja auch sein Restaurant am Hafen. Wo ist das da drüben? Da gehen wir auch gleich hin, da können wir nochmal kurz rüber gucken. Ja, jedenfalls arbeitet er ja am Hafen und da kann er natürlich auch wohnen. Ist zwar jetzt nicht sein Boot, womit er auch rausfährt auf die See, denn ein richtiger Seemann hat er ja natürlich auch sein eigenes Boot und er hat auch gleich dein Haus davon. Ja, wie immer ist das hier nur der Vorbau von diesem Boot, was wir heute bauen werden. Die Blockfarbe wird sich an sich eigentlich nur vom Haus ändern. Also von der Wandfarbe an sich alles ist gleich. Du kannst natürlich auch immer deine eigenen Blöcke verwenden, wenn dir halt was anderes besser gefallen sollte. Ja, wir werden das heute auch in der Folge einrichten. Naja, ist ja nicht gerade großartig einzurichten. Jedenfalls werde ich dann das Original dennoch noch optisch ein bisschen machen, dass wir das gleich uns angucken können. Wie das auffällt, wir arbeiten heute auch dann hier wieder mit Tapete. Also du kannst dann im Boot natürlich deine eigene Blockfarbe nochmal ranmachen, wie das Ganze jetzt sein soll. Rosa, pink oder grau, wie ich das habe. Ganz wie du es möchtest. So, und ich würde sagen, dann legen wir los und gehen erstmal vorne an unserem Hafen hin. Tada! So, am Hafen sind wir. Wir können uns immer teleportieren. Das kriegen wir hin. Ja, jedenfalls da drüben ist natürlich hier der Dutchman. Ist natürlich hier das Lokal von unserem Käpt'n. Das kennt ihr. Und das heißt, wir müssen natürlich sein Haus bauen. Ich wollte das nicht genau davor bauen. Da können wir natürlich auch Konkurrenzschiffe hinbauen. Ne? Ja, jedenfalls wollte ich das hier gerne vorne hinbauen, vor unserem Tattoo-Laden. So, das heißt, wir brauchen erstmal Blöcke, um das Boot an sich zu bauen. Die Kiste ist wieder randvoll. Glaubt man gar nicht bei so einem kleinen Boot. Aber das kriegen wir schon hin. So, wir werden mal die erste Reihe rausnehmen und nehmen uns ganz gemütlich einfach ein paar Holzarten raus. Zum ersten Problem für Eichenholzbretter. Denn Fichtenholztreppe, Eichenholzstufe, Fichtenholzstufe. Denn nochmal die Eichenholztreppe. Denn holen wir uns weiße Keramik raus. Das wird die Wandfarbe von unserem Boot werden. Das ist so eine Art Weiß. Da könnte man sich auch nochmal streiten. Könnte man vielleicht auch Sandtöne nehmen oder so. Also da musst du mal gucken. Wenn dir das jetzt nicht gefallen sollte, kannst du natürlich deine eigene Blockfarbe nehmen. So, da ist nächstes holen wir uns zwei Türen raus. Wir brauchen Fichtenfalltüren und natürlich Schwarzeichenfalltüren. Danach holen wir uns noch Blätter raus. Welche du nimmst, egal. Hauptsache das sind Blätter. Okay, so. Wenn wir dann das ganze Blockmaterial zusammen haben, geht es los. Und zwar erstmal mit den Eichenholzbrettern. So, ich würde sagen, wir gehen runter zum Wasser. Ich baue jetzt hier, würde man sagen, jetzt keinen Steg runter. Vielleicht könnten wir auch noch einen Steg runter bauen. Hm. Naja, bauen wir erstmal ein Boot. So, jedenfalls brauchen wir eine Grundfläche. Bei mir ist das Wasser einer Höhe. Ich muss mal gucken, wie ich das mit zukünftigen Schiffen mache. Ob ich dann den Boden nochmal aushebe, dafür damit wir auch einen richtigen Rumpf bauen. Aber jetzt für das Hausboot brauchen wir an sich jetzt keinen Rumpf. Das ist unten einfach flach. Das macht schon mal uns viel Arbeit weg. So, aber ich würde sagen, wir ziehen hier erstmal durch einen Grundriss mit unseren Eichenholzblöcken. So, setzen wir erstmal einen hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun Blöcke erstmal in der Gerade setzen. Dann haben wir natürlich hier eine eine Mitte. So, wenn wir dann hier erstmal diese Reihe lang gesetzt haben, ziehen wir das einfach mal in eine Richtung weg. Ich würde jetzt hier sagen, da setzen wir noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn. Weitere Blöcke in eine Richtung ran, andere Seite genau synchron so nachziehen, einfach hier nach hinten weg. Wunderbar. Und danach können wir das Ganze einfach hier verbinden. Super. Und schon haben wir unseren Grundriss. Danach setzen wir jetzt mit Fichtenholztreppen einfach hier so umgedrehter einmal ringsherum. Haben wir das Ganze geschafft, darauf Fichtenholztreppen zu setzen, setzen wir darauf nochmal eine Schicht von Eichenholzstufen. Haben wir das denn natürlich auch geschafft, geht es weiter. Und zwar würde ich sagen, nehmen wir einmal unsere weiße Keramik zur Hand und markieren uns schon mal so ein bisschen das Haus, ne? Also das grundsätzliche Haus von unserem Boot. So, da würde ich sagen, mit der weißen Keramik fangen wir auf einer Seite an. Ich empfehle dir jetzt die Rückseite, wo dann natürlich dann hier auch später so eine Leiter noch platziert wird. Da ziehen wir einfach mal, würde ich sagen, hier von der Seite einfach weg. Eins, zwei, drei, vier. Und beim fünften setzen wir an der Seite einfach mal einen Block hin. Das Ganze können wir auf eine Höhe ziehen von gleich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, sechs Blöcke machen wir. So, danach können wir, würde ich mal sagen, auf der anderen Seite auch nochmal machen. Einfach eins, zwei, drei, vier. Und beim fünften setzen wir einen hinten, also einfach unten einen hin bei unseren Eichenholzblöcken. Und dann setzen wir noch, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke an sich so hoch. Dann haben wir das schon mal auf beiden Seiten gleich. So, der nächste Schritt wäre das Ganze natürlich hier so nach hinten weg zu ziehen. Ich würde sagen, wir machen einfach auf dem Boden das Ganze an den Seiten einfach mal hinten weg. Da setzen wir noch einfach dahinter ran. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Blöcke hin. Der letzte Block, der zehnte, setzen wir auch nochmal auf die gleiche Höhe wie da. Also noch eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke rauf. Insgesamt sind es ja sechs. Andere Seite, genau das gleiche Spiel. Wir zählen nochmal. Also eins, also, ups, na, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und der zehnte Block hinten heransetzen. Den zehnten nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke rauf. Und dann haben wir hier schon mal eine Rechteck. So, hinten können wir das Ganze natürlich auch einmal verbinden. Wunderbar. So, kommen wir jetzt erstmal zu den Seiten. Obwohl, warte mal vor, dann können wir das auch nochmal verbinden. So, dann sieht es wenigstens ordentlich aus. So, kommen wir dann erstmal zu den Seiten unserem Haus. Da können wir an sich beide Seiten erstmal ein bisschen dicker machen, sodass wir an sich, ja, an sich nur zweier dicke haben. So, danach lassen wir einfach mal zwei Blöcke Platz und setzen hier einen Dreier hin. Auf der anderen Seite sollten hier auch zwei Blöcke Platz sein. Danach können wir das Ganze denn hier einfach hochsetzen. So, wunderbar. So, unten können wir das Ganze denn hier jetzt so ein bisschen nachziehen. Ich würde mal sagen, setzen wir zwei weitere Reihen rauf, sodass die natürlich jetzt hier so ein bisschen übergucken, über unseren Stufen. Und oben können wir dann einfach die letzte Blockschicht zumachen. So, und was wir hier machen, machen wir nochmal auf der anderen Seite. So, dann haben wir hier an sich unsere Fenster auffertig. Kommen wir denn, würde ich mal sagen, auf der Vorder- oder Rückseite, machen wir erstmal die Rückseite. Ich nenne es jetzt einfach mal Rückseite. So, hier setzen wir unten einfach mal, würde ich mal sagen, noch auf der linken Seite eins, zwei, drei Blöcke hin, dass wir hier auf der rechten Seite denn zwei Blöcke noch Platz haben. So, dann würde ich sagen, können wir diesen hier, den dritten an sich von der freien Fläche, auch auf die gleiche Höhe setzen wie die anderen. Oben können wir einmal zumachen alles. Dann gucke ich mal, mache ich hier unten nochmal eine Blockschicht hin. Ja, damit halt die Fenster alle immer auf der gleichen Höhe sind. So, hier lassen wir das Ganze einfach erstmal frei. Das wird die Tür werden. Die Blöcke haben wir noch nicht, von daher lassen wir das Ganze erstmal frei. Und können eigentlich oben drauf, hier an den Seiten, schon mal zwei freilassen und dann hier einen Dreier hinsetzen. Genau, das können wir schon machen. Dann fliegen wir erstmal auf die Rückseite hin und setzen auf der Rückseite jeweils an den Seiten noch eine Verstärkung hin von unserem Beton, dass wir an sich hier drei Blöcke frei haben. Da lassen wir es unten, wie es ist, aber oben können wir eine Schicht auch wieder hinsetzen. So, wenn wir das Ganze haben, geht es weiter mit den Fichtenholzstufen. Da können wir jetzt einfach mal, wenn wir jetzt, sag ich mal, hier auf der Vorderseite sind, wo wir an sich jetzt hier eine Dreierlücke haben in der Mitte, können wir an sich hier einfach mit den Fichtenholzstufen hier auf der Höhe setzen, der Fichtenholztreppe und hier einfach zwei Reihen hinsetzen. Die dritte wird eine Treppenreihe sein, weil ich habe mir gedacht, hier auf der Vorderseite machen wir das Ganze, dass es so ein bisschen steiler wird. So, wunderbar. Ja, dann haben wir die Seite an sich fertig und gehen auf die Rückseite und hier können wir eigentlich vorne alles auswählen. Also hier haben wir die Treppen und setzen da einfach die Stufen hin und füllen einfach hier vorne diesen Bereich aus. Wenn du möchtest, kannst du natürlich auch von unten, vom Meeresgrund hier alles nach oben setzen, nur dass hier überhaupt kein Wasser mehr ist darunter. Aber was man nicht sieht, muss man ja auch nicht machen. Okay, so, wenn wir das Ganze haben, geht es weiter mit den Fichtenfalltüren, denn unsere Fenster haben auch natürlich noch ein paar Fensterläden, sage ich mal. Die platzieren wir einfach an den Seiten unserer Fenster, das machen wir aber auch nur an den Seiten. Auf der Vorderfront machen wir das Ganze nicht. So, wunderbar. Dann haben wir jetzt an sich an den Seiten die Rollläden rangebaut, können natürlich hier auf der Rückseite auch nochmal hier oben drei Blöcke hinsetzen, an den Seiten jeweils mal zwei freilassen, dann passt das Ganze. Okay, so, dann steht das Haus ja schon so etwa. Jetzt bleibt natürlich noch unsere Schwarzeichenfalltür und natürlich die Eichenblätter übrig. Mit den Falltüren gehen wir einfach an die Seiten hin, da wo wir unsere Fenster haben. Wir fangen einfach vorne bei dem Fenster noch an, also bei den Fensterläden. Und da setzen wir einfach hier auf der Höhe unserer Treppe einfach mal eins, zwei, drei, vier Falltüren hin, lassen zwei Blöcke an sich platzen und nochmal vier hinsetzen. Das sind an sich jetzt unsere Blumenkästen, denn an der Seite des Bootes sind natürlich Blumenkästen und da kannst du natürlich auch andere Blätter neben halt ein bisschen bunt gemixt machen. Ich mache das einfach mit Eichenblättern. Und auf der anderen Seite auch nochmal gucken, vom Fenster setzen hier einfach vier Falltüren hin, zwei Blöcke freilassen und nochmal vier hinsetzen. Okay, so, dann haben wir hier natürlich auch noch unsere Blumenkästen noch aufgesetzt und sind damit auch dann fertig. Das heißt, wir können das ganze Blockmaterial erstmal wegtun und gehen dann mal wieder an unsere Kiste ran, denn jetzt brauchen wir ein bisschen Nachschub. So, ich würde sagen, zweite Reihe, die holen wir uns jetzt einfach mal ganz frech hier raus. So, und dann geht es ganz einfach los, indem wir uns einfach schwarz Eichentreppen rausholen, davon nochmal die Stufen, denn nochmal die Tür davon, denn holen wir uns noch Ambosse raus, denn ganz normale Truhen. Ja, jetzt würde ich mal Knöpfe noch sagen, ich verwende jetzt hier Fichtenholzknöpfe, du kannst natürlich auch klären nehmen, sieht man jetzt hier nicht so gut auf dem Boden. Dann nehmen wir uns noch ein Leuchtsignal raus, ein Gegenstandsrahmen und Glas. Ich verwende einfach mal blaues Glas, kannst auch mehr türkises nehmen oder halt dein Lieblingsglas. So, wenn wir auch dieses Blockmaterial denn zusammen haben, geht es los, ganz einfach mit den schwarzen Eichenholz machen wir erstmal die Stufen. Denn jetzt kommt ein bisschen Massenarbeit und zwar bei den Fenstern setzen wir unten und oben nochmal die Stufen hin. Haben wir das schon geschafft? Das war so einfach, das heißt jetzt können wir auch gleich das Glas dahinter einfach mal platzieren. Weißt ja, im Nachhinein kommt ja eh noch ein bisschen Tapete rein. So, machen wir hier so die Fenster einfach mal hin. Hier auch einfach das Glas hin. Zack, 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 wunderbar. Okay, so, wenn wir das Ganze denn fertig haben mit den Fenstern, machen wir jetzt einfach mal die Türen fertig. Wir fangen natürlich auf der Vorder- oder Rückseite an. Hier ist ja, sage ich mal, der Eingang. So, wir nehmen jetzt erstmal die schwarzeichen Stufen und machen hier unten nochmal einen Block hin, sodass wir darauf dann eine Truhe oder halt eine Tür platzieren können. Die mache ich hier auch schon mal hin. So, wenn wir die Tür dann hier platziert haben, mache ich hier einfach mal oben eine Treppe hin und an der Seite eine Treppe hin. Einfach gerade, genau. Richtig war es ja, dass wir unten schon mal die Blöcke hinsetzen, oben die Treppen. So, nur dass wir jetzt, sage ich mal, hier auf der einen Seite, da haben wir jetzt die Tür, auf der anderen Seite machen wir nochmal einen Block hin. Dann machen wir einfach mal eine Treppe so zur Seite weg. Und hier oben achten wir mal darauf, dass die Treppe sich ja auch so aneckt. Jetzt müssen wir natürlich die Treppe auch noch anecken lassen. Das heißt, wir gehen hier mal kurz so rein. Ich mache hier unten einfach auch nochmal zwei Blöcke hin. Und mache hier auch eine Treppe so hin. Dann fliegen wir so auf die Vorderseite. Also ein bisschen kann ich hier schon rumtüfteln, sodass es sich das Ganze aneckt. Weil vorne die Tür hat an sich ja, sage ich mal, an sich zwei Fenster. Können wir jetzt natürlich jetzt nicht auf diese Breite so ganz darstellen. Von daher mache ich einfach mal, dass hier auf der einen Seite wenigstens so ein kleines Fenster ist. Jetzt fällt mir gerade auf, wir müssen das Ganze natürlich noch ein bisschen dicker machen. Machen wir einfach mal, dass wir hier noch oben eine umgedehnte Treppe ranhauen. So, dass das Ganze hier natürlich auch schön zu ist. Und so sieht das vielleicht so aus wie so ein Fenster in der Tür. Und dann passt das Ganze. Ja, so. Dann ist das schon mal die Tür auf der Vorderseite oder Rückseite. Beim Haus weiß ich es halt nicht genau, wo jetzt Vorder- und Rückseite ist. Und dann fliegen wir jetzt hier auf die andere Seite hin. Und hier müssen wir auch noch eine Tür einsetzen. Erstmal unten machen wir einfach mal Schwarz-Eichenholz-Blöcke hin. Die Seiten können wir eigentlich komplett zuziehen mit diesen Blöcken. Machen wir einfach mal bis nach oben hin. Auf der anderen Seite auch nochmal. Na, so. Wunderbar. Oben machen wir dann einfach eine Treppe hin. Und dann haben wir hier natürlich unsere zweier Lücke. Und da kommt natürlich unsere Tür rein. So, dann sind wir hier auf der Seite natürlich auch fertig. So, jetzt bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als uns das Dach zu bauen. Von unserem Hausboot ist das Dach mehr ein Ziegel-Dach. Also man könnte natürlich jetzt auch Ziegel-Steine nehmen. Nur ich finde so Ziegel-Steine immer in Minecraft weiß ich nicht. Da müsste es uns noch eine größere Auswahl geben. Von der Farbe her ist es ein bisschen heller oder ein bisschen dunkler. Das Dach ist jedenfalls ein bisschen dunkler. Könnte auch natürlich jetzt hier auch Schwarz-Eichenholz sein. Und da habe ich mich dazu auch einfach entschieden. Weil ich fand jetzt auch beim Vorbau sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Und dann mache ich das Ganze auch hier. Das heißt jetzt einfach, das Dach ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Wir fangen an den Seiten an. Einfach erstmal Treppen hinzusetzen. Dahinter eine Stufe. Denn eine Treppe. Wieder eine Stufe. Auf der anderen Seite. Also dann lassen wir das hier erstmal. Oh, nee. Da machen wir einfach einen Block hin. So. Dann machen wir hier dann natürlich wieder eine Stufe hin. Treppe, Stufe, Treppe. Ihr kennt das Spiel. Ich mag immer diese Dächer. Ich finde die immer am schönsten. In Minecraft, wenn man immer so, sage ich mal, nicht nur Treppen macht. Oder nicht nur Stufen macht. Sondern so ein Mix aus beiden. Das sieht immer am besten aus. So macht man immer eine kleine Schräglage hin. Das müssen wir dann erstmal bis auf die andere Seite ziehen. Das Ganze kannst du dann natürlich auch wieder einmal überstehen lassen. So, wenn wir dann das Dach fertig haben und natürlich auf beiden Seiten überstehen lassen haben, ist dir vielleicht auch gefallen, dass ich hier oben jetzt die Mitte natürlich freigelassen habe. Da mache ich jetzt kein Block hin, sondern ganz einfach eine umgekehrte Treppe. Ich finde das Ganze sieht halt immer schöner aus. Damit sind wir aber noch nicht lange am Ende. Wir nehmen jetzt einfach unsere Stufen zur Hand und platzieren immer unter der anderen Stufe, die wir hier haben, nochmal eine weitere Stufe. So hält das Dach an sich eine Optik, dass es halt etwas schräger ist und nicht so, sage ich mal, abgekantet. Auf der anderen Seite können wir es nochmal gucken. Das sieht so immer abgekantet aus. Wenn man es nicht macht, ich mache hier einfach mal erstmal nur die Hälfte. Dann siehst du schon, wirkt das Ganze immer etwas schräger. Nicht so halt typisch Minecraft, alles viereckig. Nein, hier machen wir einfach eine Schräge rein. Das sieht schon ordentlich aus. Ganz oben machen wir halt einfach keinen Block hin, sondern einfach eine Treppe. Ich finde, das rundet das Ganze immer ab, denn wenn man einen Block hin macht, sieht das Ganze immer, finde ich, sehr steif aus. Könnte man natürlich auch machen, aber wenn da Treppe ist, sieht das Ganze halt immer schöner aus. So, dann sind wir damit auch wieder durch und haben das Dach fertig. Als nächstes, gucken wir mal, was haben wir denn hier noch im Inventar? Ich würde mal sagen, nehmen wir erstmal den Schalter. Da kannst du auch jede Art nehmen von Schalter, Holzschalter, Steinschalter, allerlei. Das ist einfach unsere Klingel. Die mache ich hier einfach mal vorne hin. Über der Klingel mache ich noch so ein... Ich habe es jetzt nicht ganz genau erkannt, aber ich glaube, das war mehr ein Fenster. Könnte man natürlich jetzt auch Glas reinpacken, aber ich habe mich jetzt doch mehr entschieden, ein Leuchtfeuer reinzusetzen. Halt so ein kleines Bullauge, innen drin ist nicht so ganz eins, sag ich mal, so zu bauen, halt, dass bei einem Block auch auf der anderen Seite ein Fenster ist. Von der Breite, von daher machen wir einfach mal so einen kleinen Trick, ne, mit dem Gegenstandsrahmen. So, als nächstes nehmen wir einfach mal so ein bisschen diese Degu-Sachen, Truhen und Amboss hin, weil auf dem Deck war an sich noch so ein Feuerlöscher und Rettungsringe. Kann man natürlich im Minecraft immer schlecht darstellen, wenn man jetzt, sag ich mal, kein Mod hat. Von daher machen wir einfach hier eine Kiste hin, falls man natürlich jetzt hier was macht, dann müsste man unten natürlich das Wasser wegmachen. Mache ich hier einfach mal, mache ich jetzt hier einfach so eine Kiste hin und hier sage ich einfach mal, mache ich mir zwei Ambosse hin. Einfach als Deko, kann man natürlich auch ein bisschen noch hantieren, wie man das Ganze gerne haben möchte. So, dann sind wir auch mit diesem Blockmaterial erstmal fertig, können das Ganze wegtun und gehen erstmal in die Kiste wieder ran, denn etwas ist ja noch übrig. Das müssen wir natürlich noch verwenden und zwar ganz einfach holen wir uns raus, was ist denn das? Ja, Eisengitter und dann natürlich noch Leitern, die brauchen wir noch. So, wenn wir das Ganze dann haben, geht es dann auch wieder zum Boot hin, hier auf der Rückseite oder Vorderseite, wie man das immer gerne sehen möchte. Aber ich glaube, weil hier der Eingang ist, ist das bestimmt auch die Rückseite, obwohl hier die Haustür ist. Naja, so, ich würde sagen, auf der Rückseite machen wir einfach die Leiter hin, da wo dann natürlich auch unsere Tür ist, auf der rechten Seite, schlagen hier einfach mal dreimal unsere Stufen weg. An den Seiten können wir die Eisengitter platzieren, damit kommt man dann so hoch, das sind dann so, sage ich mal, wo man sich dran festhält und dann die Leiter hoch geht. Auf einer Treppe kann man natürlich keine Leitern platzieren, das heißt, die müssen wir wegmachen, tauschen das Ganze aus durch einen Fichtenholzblock, setzen das da einfach mal hin. So, und dann ist an sich auch, wie man hochkommt, fertig. Man könnte hier noch eine Stufe hinsetzen, ach nee, das sieht doof aus, lassen wir, und dann sieht das Ganze so aus. So, und dann ist unser Hausboot auch fertig von unserem alten Käpt'n. Ich werde mich noch ran machen, das Ganze optisch innen drin zu machen. Relativ simpel ist es halt, ihr macht halt noch einen Boden rein, sollte dann auf der Höhe von eurer Tür sein, ne, und dann macht man hier noch so ein bisschen Tapeten rein. Dann gucken wir gleich mal, wie das aussieht und wie man das Boot natürlich auch steuert, denn irgendwo muss man ja das Hausboot auch steuern können. So, dann wollen wir mal gucken, wie der Käpt'n lebt, ganz schnell eingerichtet. Eine Sekunde und schon fertig ist das Ganze. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein hier beim Käpt'n. Ja, erkennt man schon gar nicht mehr wieder, wie es halt vorher aussah. Ja, wie könnte ein Käpt'n sein Hausboot leben? Ganz einfach, muss dann natürlich alles relativ, ja, eng gebaut sein. Und zwar haben wir hier vorne gleich den Eingangsbereich, hier natürlich unser Kleiderhaken, ne, können wir unsere Jacke dann aufhängen. Der Käpt'n natürlich seinen Kapitän zu, ne, bevor er schlafen geht in seine Koje. Natürlich braucht ein Kapitän seine Koje, kennt man ja. Und der Koje hat dann noch seine Kiste, ne, kann dann natürlich noch sein, ja, irgendwas noch reinpacken. Ja, jedenfalls, äh, ja, Schlafbereich, hier haben wir dann so ein kleines Wohnzimmerbereich, kann man sagen, mit Regalen und so, kann man ja alles in der Tapete mit einbauen, spart man natürlich etwas Platz. Dann kommen wir natürlich hier noch zum Essbereich, die Küche natürlich hier, schöner großer Kühlschrank, ja, Kaffeemaschine darf natürlich nicht fehlen. Und ein Herd, ist gerade aus, ist ja gerade bestimmt unterwegs, ist ja gerade noch hell draußen. Ja, noch sein Essbereich, ne, so einfach einen Tisch noch hingebaut. Ich empfehle euch immer auf engen Bereichen, nehmt mal Änderstäbe, weil wenn ihr Zäune oder so, die verbinden sich ja meistens immer gerne mit den Wänden und so, habt ihr an sich ja noch einen Tisch, ne. Ne, ich meine ja, halt hier, ne, ihr seht ja, die verbinden sich ja mit allen, kann man ja eigentlich immer ausmachen, wenn man gerne möchte. Ja, jedenfalls, hier ist denn an sich alles drin, was eigentlich drin sein müsste. Ja, oben haben wir noch eine Lampe. Wir haben natürlich einen hohen Raum oben, dadurch können wir natürlich hier mit Redstone arbeiten und solche Lampen. Man könnte natürlich noch einen Mechanismus entwerfen oder einfach einen Hebel ranmachen, um an und auszumachen, ne, wie halt man halt immer gerne möchte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie steuert man das ganze Hausboot? Ich habe mir einfach gedacht, wenn man hinten raus geht oder wenn vorne an das Schiff geht, haben wir hier natürlich so einen kleinen toten Winkel, denn auf der Vorlage sieht man nicht so ganz genau, wie es auf der anderen Seite aussieht. Also von daher könnten wir hier natürlich dann unser Lenkrad machen, unser Steuerrad, eher gesagt, ne, von unserem Boot. Und dann können wir hier das Boot an sich steuern, dachte ich mir, der Motor und so ist ja alles unter Wasser, das sehen wir nicht. Und daher geht das Ganze. Ja, dann habe ich mir noch gedacht, vielleicht machst du noch ein paar Kisten vorne hin, dass er hier ein bisschen was lagert. Kann man natürlich auch ein bisschen mehr machen, wie man halt gerne möchte. Und dann sind wir damit auch fertig. Ja, das ist das Hausboot unseres Kapitäns. Jetzt bereit hier liegt er an. Mal gucken, ob es mal wieder große Fahrt macht. Das da hinten wird wieder weggebaut. Und dann gucken wir mal, was wir als denn nächstes bauen. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns einfach bis zur nächsten Folge wieder. Natürlich hier bei den Simpsons. Mal gucken, was wir als nächstes bauen. Ich wollte ja NASA machen, aber da habe ich noch nicht so einen richtigen Ort gefunden, wo das Ganze hinkommt. Gucken wir mal. Vielleicht kommt noch mal ein Fahrzeug oder ein kleines Gebäude. Da muss man ein bisschen rumstöckern. Jo, so, ansonsten heißt es wie immer hier sich vorne hin safety stellen. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und tschüss. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge.